Grüß euch, bei mir sitzt der Willi. Servus Willi. Servus. Willi, wir suchen jetzt deine Traumfrau, oder? Also ich würde es auf jeden Fall denken, dass wir meine Traumfrau suchen. Also ich suche sie. Okay. Und ich hoffe, dass sie mich auch sucht. Wir helfen dir jetzt dabei. Hoffentlich, ja. Willi, magst du erst einmal ein bisschen was über dich erzählen? Ja, ich bin 23, komme aus Straubing, bin Altenpfleger. Und ja, ich ernehm viel gerne mit meinen Freunden und sitze aber auch gerne mal daheim. Altenpfleger hast du gesagt? Ich bin Altenpfleger, ja. Das heißt, du kannst gut mit Menschen? Ja, das stimmt, ja. Wer soll denn deine Traumfrau sein? Ach, meine Traumfrau? Also vom Aussehen habe ich überhaupt gar keine Vorstellungen. Sie soll einfach nur, mit ihr muss ich was unternehmen können. Und dann hat es für mich einfach alles, was es hat. Also eine Frau muss treu sein, lieb und mit ihr was unternehmen können. Okay. Gibt es irgendwas, was du sagst, das da bocke ich überhaupt nicht an eine Frau? Das darfst du überhaupt nicht haben? Weil sie sich ständig wiederholt, ja. Also ständiges Wiederholen ist, naja, höre ich nicht gerne. Okay. Ja. Alles klar, Willi, das war's schon. Oder möchtest du noch was sagen? Nein, überhaupt nicht. Danke für euch. Danke für die Single-Coach. Sehr schön, dass ich dabei gewesen bin. Alles schön. Alles klar. Das war jetzt der Willi. Wenn ihr Interesse am Willi habt, dann meldet ihr euch bei ihm. Führt euch.